Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies 2 mit dem guten Zwiebel, Peter. No, hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. So, wie ist der Plan, Herr Peter, Herr Zwiebel? Boah, das Nordlicht, ist das schön. Was? Ach, darum ist so ein Nordlichtabklatsch. Ach ja, dieser Spiralnebel hier oben, ja. Ja. Ah ja. Sieht so ein bisschen aus wie der goldene Schnitt, dieses, wie heißt das Ding? Fibonacci. Spirale. Keine Ahnung. Ach, das meinst du? Nee, meinte ich gar nicht. Hinter dir. Hinter mir? Ach da, oh, tatsächlich. Aber nur wenn man aus der Ferne guckt, ranzoomen sieht scheiße aus. Ja, das sieht echt kacke aus. Dann wird's pixelig. Der Plan, ja keine Ahnung, ich bin anscheinend die Planstelle hier. Ja. Ja. Ja, was davon? Sagt da ganz knallhart, ja. Also ich bin ja, wir wollen ja in den Nether. Huch. Ja. Kacke, wir müssen ja auch in den Nether. Ja. Damit wir nicht ganz unvorbereitet hingehen. Genau. Weißt du, das ist total im Arsch, okay. Damit wir nicht so unvorbereitet dahin gehen, richtig. Und wir haben ja aber auch im Nether gibt's nämlich auch eine Quest, die wir erfüllen müssen. Und... Im Nether selbst. Ja. Nether. Im Nether. Das sieht dann wieder scheiße aus, aber das hier ist ja nur der Untergrund. Da geht man eigentlich nicht drauf. Bitte. Ähm... Ähm... Du Zeppelinks? Hm. Der ist voll, der ist voll. Oh, wir haben Ancient Spores. Das ist toll. So. Dann können wir jetzt ja mal anfangen. Ähm... Warte mal, ich muss mich hier hinten mal ein bisschen in der Kiste hier entleeren. Macht das. Oh Gott, entledige dich deiner Klamotten, Exhibitionist. Ja, total. Ich, äh... Steh drauf. Ähm... Jetzt hat er aber nur... Oh, grabbi. ...zwei Seiten hier bedingst. Doof. Hä? Der hat jetzt nur zwei... ...zwei Seiten. Ich weiß nicht warum. Was denn? Topper. Hat keine Zeppelinks mehr, okay. Warum stellst du den... Ach so, wegen der Dinger. Vielleicht muss der verbunden sein? Ich weiß es nicht. Ne, der tut ja auch so, oder? Und reden damit das geht. Das gibt's doch nicht. Also F7 scheint hier irgendwie nicht so ganz zu klappen. Nee, funktioniert überhaupt nicht. F7. Dust da wie im Sack, aber man sieht nix von F7. Mal gucken. So, Olaf, mein Guter. Moin, Bierestau, Olaf. Boah, ich hab schon wieder Hunger, ey. Das ist doch kacke hier alles. Also du oder deine Figur? Also wie als auch, aber primär meine Figur. Ich hab auch Hunger. So. Also Ancient Spores haben wir. Da können wir ja endlich mal das tun, was wir eigentlich vorher schon... Ach nee, halt, Moment, 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 Moment. So. Eins nach dem anderen. Erstmal entledigen. So, das kann hier oben wieder alle drin, der Scheiß. So, das hier alles weg. Die Mossi legen wir mal hier rein. So. Geht nicht rein. Hier liegen übrigens noch Slabs. Brauchst du noch Slabs? Ansonsten hau ich die jetzt hier hinten in den... Weg, der Scheiße. Okay, hau ich die hinten in unsere Fanpost. Ja. Sag, was der hier will, Fanpost. Ding, ding, ding. So. What is here? Also nochmal welche Scheiße. Sand und die... Ach, weißt du was? Die Culinary Generator hau ich jetzt auch weg. Die Scheiße braucht da kein Mensch mehr. Richtig, Junge? Richtig. Richtig. Wie das funktioniert. Welche Richtung der arbeitet, weil der hat in allen... in alle vier Richtungen, dann hat der halt... Loch, das ist das Problem. Hm. Dann wüsste ich, in welche Richtung der gerade arbeitet. Äh. Der hat jetzt... Ich muss den dann so drehen mit dem Schraubenschlüssel, dann bearbeitet der alles. Ja. Hm. Good question. So, was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Ach so. Ähm, ich brauch ne Schaufel. Ich... Ich hab keine. Ne, ne. Ich mein nur, ich brauch ne Schaufel, damit ich den... den Sheet da, ähm... abbauen kann dann. Oh, lächerlich, ey. Da. Da. Bin ich. So. Ist der denn ab, oder was? Item ducts. Hm? So, dann brauch ich mir mal ne... muss ich mal ne Schaufel bauen, ne? Ist ja wieder waiting, oder? Ne Schaufelhead. Ne, der Run ist am Choppen. So, hier machen. Oh, wir haben ja Schaufelheads. Schon als Vorlage. So. Na, jetzt hab ich wieder keinen Koppel, sonst hab ich den ganzen Koppel scheiße. Stürzt dabei, oder... Oder choppt er weiter? So. Er ist am Choppen. Im Stänzeltäbel, da baut man jetzt so nen Kack, ne? Yes. Ne. Im Stänzeltäbel machst du, äh... machst du diese Form, denk ich. Ach, ich weiß nicht mehr. Ich weiß doch nicht. Oder war das im Part-Bilder? Doch, war im Part-Bilder, ne? Dass man dann mit Stein... Ja, genau. Jetzt hab ich hier ne Schaufelhead. So. Und den Schaufelhead... Den lege ich jetzt hier in die Smeltery. Das ist... Und brauche dann... Jolt... Und Silber. Der hat jetzt aufgehört. Ja, der ist am Warten. Das ist das Problem. Der hat gar nicht fertig gejobbt hier. Und ist am Warten. Das ist das Problem. Der braucht irgendeine Richtung, hat der. Naja, aber er kann... Das ist doch ein... Was ist das für einer? Ein Trichopper. Ein Stone-Chopper. Genau, aber er kann doch nix... Er braucht ja erst was zum Choppen. Ja, das war ja da. Aber der hat nicht fertig gejobbt. Das ist ja das. Achso. War ja da. Dann haben da noch zwei so kleine Stämme gestanden. Und einer hat aber gesagt, nö, ich warte jetzt. Achso. Hm. Das ist komisch, ne? Ja, das ist komisch, ne? Vielleicht mag ich einfach mehrere von denen. Und, äh... Nee, mehrere brauchst du davon nicht. Nee, weil die ja nicht so eine Range haben. Ja, warte mal. Oder wir gehen jetzt gleich auf die richtigen Sachen. Nur es ist halt so... Ähm... Also, pass auf. Wir haben jetzt aktuell... Wenn wir hier... Wir können natürlich hier auch wesentlich bessere Geräte bauen. Definitiv. Aber... Aber die haben halt eben das Problem, die brauchen ja alle Strom. Stimmt. So, und Strom ist jetzt halt jetzt die Frage. Da hinten mit unseren aktuell zwei Magma-Dynamos kommen wir nicht weit. Wiederfressen. Also, wenn wir hier hinten zum Beispiel jetzt noch mehr... noch mehr Stromproduktion ankurbeln. Dann müssten wir halt dementsprechend auch komplett, ähm... Ja, mit irgendeiner Art und Weise quasi hier unten nochmal vielleicht eine Plattform bauen. Dass wir unten nämlich dann die Kabel verlegen können oder so. Oder willst du die hier oberirdisch verlegen? Ach so. Untenrum willst du Kabel verlegen? Na, wir können das auch gern oberirdisch machen, aber es sieht halt irgendwie scheiße aus. Müssen wir nur gucken, wie wir eine Plattform runterbekommen. Das ist aber auch kein Problem eigentlich. Ich bin ja doof. Das muss ja Aluminium-Brass sein, was da reinkommt. Mensch, zugelegen. Mann, ey, nix kann er echt. Also mir egal, musst du sagen. Also ob wir jetzt oben rum oder unten rum, aber wir brauchen halt dann... Ah, können wir unten rum machen. Ja. Dass wir vielleicht unten dann später auch so, weil ich denke mal, auf kurz oder lang, wenn wir halt dann den ganzen Schlüssel zusammen haben, steigen wir dann eh um auf Reaktoren oder so. Wahrscheinlich. Willst du denn dann... Guck mal, wie es hier aussieht jetzt. Der hat ein bisschen gejobbt und hat sich gedacht, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin in der Gewerkschaft, ich habe jetzt Pause. Ja, und hat nicht weiter gejobbt. Okay. Dann müsste er sich eigentlich drehen immer. Ja, dann machen wir das. Pass auf, dann machen wir das. Dann lass uns doch erst mal jetzt... Ich baue dann noch ein paar Magma-Dynamos. Willst du, hast du Lust, nochmal eine Plattform zu machen oder eher weniger? Ja, klar. Ich mache noch eine, klar. Ich habe da Übung drin. Cool. Kann ich dir ja nicht anvertrauen, die Aufgabe. Du verkackst das ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Volle Assi. So, jetzt haben wir hier eine Shovel, ein Shovelhead. Jetzt kann ich dann da was draus gießen. So, was haben wir denn da noch drin rumschwimmen hier? Ne, das hat mich noch ein paar. Invar. Na, machen wir doch... Reicht das? Machen wir doch mal eine Invar-Schaufel. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Und wie baue ich die jetzt? Das war doch dann hier im... Ne, im Part-Bilder, was? Das ist die Frage. Ich muss ja da runterkommen. Wie komme ich da drunter? Das ist die Frage. Am besten durch den Keller. Äh... Ein Handel. Ähm... Na, wir bräuchten... Ist das ein Handel? Ne. Wo ist denn da ein Handel? Handel und Gredel. Ich werde es verarschen. Gibt es hier kein Handel? Tool Rod. Ach, die Axt ist kaputt. Ja, ich muss mal gerade... ...ein Handel reparieren. Ein Handel. Wie mache ich denn bitte ein Handel? Wie mache ich denn ein Handel? Da ist kein Flint mehr dabei. Das gibt es doch nicht, ey. Handel gibt es nicht. Handel und Gredel. Gingen in den Wald. Das ist Blood & Wine DLC, ne? Von Witcher. Das war auch sehr... Ups. Sehr, ähm... Ja. Wie soll ich sagen? Ja. Äh... Märchenlastig. Märchenlastig? Ja. Okay. Sind das einfach Sticks, die man da braucht, oder wat? Mal gucken. Zack. 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 Ja, das ist einfach nur ein... Einfach nur ein Dings. Einfach nur ein Stick gewesen. So, jetzt probieren wir es nochmal mit diesen blöden Ancient Spores. Dann haben wir das nämlich schon mal abgeschlossen. Hier, zacky. Dann zacky. Dann die Dinger drauf. Und jetzt nehmen wir hier eine Schaufel. Und dann müsste das Mycelium ja abgebaut werden. Ja, müsste eigentlich... Ich muss Nase putzen. Moment. Ey, fick dich doch ins Knie, du Spiel. Echt? Wieso kann ich denn Mycelium nicht mehr abbauen? Was soll denn die Scheiße? Da steht doch extra drauf, Shovel. Ich bin wieder da. So. Das Spiel hasst mich. Ah, zu Recht. Wahrscheinlich. Was soll denn die Kacke? Jetzt haben wir schon wieder... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, ich bin einfach blöd. Also Ancient Spores sind ein Arschloch. Okay. Ein Puploch. Muss man mal sagen, weil... Ich kriege Mycelium. Versuche es abzubauen und er sagt, nö. 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 Nein, einfach nein. Silver. Ne, Iron Org. Wieso geht denn der nicht raus? Jetzt pass mal an. Haben wir noch irgendwo solch sogenanntes Bone Meal? Ja, hier hinten in der Kiste liegen 54 Bags rum. Bags sogar? Ja. Ja, da hole ich mir einen. Okay, da müssen wir also wieder warten, bis wir die Scheiße hier fertig haben. Meine Fresse, ey, das nervt. Okay. Dann gucken wir mal nach einem... Wie heißen die Dinger? Dynamo. Ach, Magmatic Dynamo, ne? Ja. Ja. So, Inva. Da brauchen wir Inva-Gears. Ach, Herr Jemini. Hm, hm. So, ähm... Wie viel bauen wir denn davon jetzt noch? 100. 100? Klingt gut. Ist eine schöne Zahl. Wie viel? Haben wir zwei, ne? Wir haben zwei. Da sollen wir nochmal vier bauen? Was sagst du? Oh. Sagst du ja, verdammt. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Gucken wir mal, ob wir acht hinkriegen. Könnte knapp werden. Silber und Inva. Klingt das auch. Inva. So, ich wollte die Plattform anfangen unten, ne? Ja. Okay. Äh, ich fang vom Keller aus an am besten. Da können wir schon mal eins gießen hier, ne? Ist ja schön. So, haben wir hier noch Silber irgendwo rumliegen? Dann. Ach so. Du denn? Hä? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Oddly, a flash of light shines from the tip of your Pgax. Meining plus eins. Super. Oh, das ist gefährlich, Alter. Bambi balanciert wieder. Ja. Auf der Zehenspitze. So ähnlich. Ich muss hier rausgehen. Jetzt bitte. Mache ich wieder zu. Waren wir da in den Tod. Das will ich ja auch nicht. Das ist nicht gut. Da mache ich am besten eine Tür hin, dann sobald es geht, sobald möglich. War wirklich. Eine Tür? Ja. Odor. I know. Odor. 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 Ja gut, das ist ja kein Problem. Wir haben ja auch Holzkohle und so. Holzkohle ist ja auch noch da. Ja, jetzt wo der Tweetchopper glaube ich auch ein bisschen funktioniert, kann man dem auch immer öfter ein bisschen Holz ab. Ja. Weil man darf das nicht so um den rum bauen, sondern anders halt. Anders halt, genau. Nase wird zu. Kacke mal. Was ist meine Nase, Junge? Junge. So, wo ist der Bildersrand? Der ist weg. Ne, Quatsch. Oh ne, jetzt regnet es wieder. Willst du hochkommen? Ja, komm mal, komm mal gehen schlafen. Dann können wir penn gehen. Komm zu mir. Schön. Wir haben Angst. Mal tocken dir die ersten Füße ab, bitte. Dong, dong, dong. So. Zack. Hast du eigentlich noch die Eimer? Äh, ja. Kann ich dir geben. Das wäre scheißfreundlich. Scheißfreundlich. Apropos scheiße. Kennst du die Serie Rick und Morty? Äh, ja. Ja, 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 doch. Hast du schon gesehen? Ähm, nicht, nicht viel. Klare Empfehlung. Ohne Scheiß. Ich hab auf Netflix in einem durchgezahlt. Letzte Nacht. Also nicht letzte Nacht. Letztens nachts. Ah, da ist doch nur eine Folge online oder so, ne? Ne, elf. Also eine Staffel. Okay, cool. Eine Staffel elf Folgen, ja. Voll durchgeballert. Und hab mir dann auf nicht so ganz legalem Wege, wenn du, äh, die zweite Staffel besorgt. Nein. Die ist einfach der Hammer, ey. Die Serie ist der Hammer. Die ist so gut, ja. Also ich hab, wie gesagt, nur ein, zwei Folgen mal bisher gesehen oder so und fand die auch. Aber mittendrin, ich weiß nicht, ob man da irgendwie so eine Kontinuität eventuell braucht. Also ein bisschen, ein bisschen. Okay. Ein bisschen ist schon sinnvoll. Ich hab jetzt aber grad wieder entdeckt, wo wir grad bei Serien sind, ähm, was heißt entdeckt? Da haben wir mal wieder auf den Geschmack gekommen. Family Guy. Ja, das. Ich find Rick and Morty ist wie Family Guy. Also wer dat mag, der mag auch Family Guy. Nur anders. Ja, nur anders. Und vielleicht noch ne Nummer härter. Ja. Aber was da teilweise bei Family Guy abgeht, ist schon echt, teilweise echt hart. Also, aber ich feier das sehr. So, ähm, jetzt haben wir drei. So. Och, Fackeln. Bald ich das Gefühl hab, vom Fackeln erreichst nicht mehr. Ne? Weiß Bescheid. Komm ich hoch und hab Angst. Ja, alles klar. Ich versteh dich. Und wenn du hier runter gehst, sei vorsichtig. Ich hab hier echt noch nicht viel ausgebaut. Wo ist überhaupt hier der Zugang? Im Keller. Im Keller. Wie geil. Spawnpoint. Und die alte steht immer noch hier, mit der man nicht weiß, was man machen kann. Ach, ich weiß auch nicht, wofür die gute ist, ey. Falls man mal ein dringendes Bedürfnis hat. So, ich muss da hinten hin. Das sieht auch geil aus hier. Was sind die ganzen Verpackten, weißt du? Wie geil. Schön die Pestboilen hier unten drunter. Sehr schön. Sag mal, war der aufwendig zu bauen? Ja, ne? Nö, eigentlich gar nicht. Falls der mir abhanden kommt. Nö, der braucht nur Obsidian und zwei Diamanten. Oh, geht ja noch. Ja. Also ich glaub, bei Agrarian Skies 1, da war der sogar teurer. Da musstest du irgendwie neun Diamanten und ein, oder acht Diamanten und ein Stöckchen nehmen. Was? Ne, ich find, gut, acht Diamanten wär jetzt auch kein Problem. Wir haben momentan wirklich, äh, was Diamanten angeht, kein Problem. Also ich hab 14 auf Tasche, die ich eigentlich auch mal irgendwie loswerden wollte. Aber, ja, ja. Da könnten wir uns ja mal Diamantrüstung bauen, wenn wir so viel haben. Also wir haben jetzt schon wieder fünf auch hier oben. Machen wir einfach mal hier dekadenterweise mal ein Block of Diamonds. Ja, wir haben ja mal ein Diamantrüstung, ne? Zwei Block of Diamonds. Oh Gott. Könnten wir eigentlich unser Haus mitbauen? Ja, bauen wir ein Diamanthaus. Diamant-Hund und ein Diamant-Pferd. Aber hallo.